Bayer Skeptik, was ist los mit dir? Der Titel. Ich habe das Video übrigens noch nicht ganz gesehen. Ich habe nur in den Teil reingeskippt. Präsident Trump, Konsequenz des linken Scheiterns. Und er zeigt Böhmermann, Maiti und Chioka. Also wenn jemand dafür verantwortlich ist, dass Kamala Harris verloren hat, dann ist es nicht die DNC, dann ist es nicht das Messaging, dann ist es nicht das Wahlkampfteam von Kamala Harris, ist nicht Kamala Harris selbst schuld, sondern die Walkies. Mhm, glaube ich auch. Ich glaube auch. Well, shit. Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen und die Welt geht wahrscheinlich unter. Oder? Naja. Panikmache hat... Ja. Ja. ...hat noch nie geholfen. Also versuchen wir es mal etwas nüchterner als der Rest der Medienlandschaft. Naja, Panikmache wäre es nur, wenn es falsch ist. Und ich glaube, es gibt gute Indizien dafür, dass das sehr fatal ist. ...und überlegen uns, was das wirklich bedeutet. Übrigens, wenn du von Harris' Wahlniederlage überrascht bist, belegt das unser Problem. Denn all das zeigt auch eins, dieser woke Bullshit, auch in den deutschen Medien, muss endlich aufhören. Auch ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen und die Wahl, wie schon in 2016 und 2020, mit Besorgnis beobachtet. Jetzt ging es mal wieder in die Rose und wir haben den Orange Man im Weißen Haus. Bevor wir zu meiner Wokeness und Medienkritik kommen, will ich noch ein paar grundsätzliche Worte verlieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert jetzt meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Nicht pro Harris, sondern kontra Trump. Wäre ich Amerikaner, würde ich vermutlich immer aufs Prinzip demokratisch wählen. Dieses Jahr, wie 2016 und 2020, na immerhin etwas, hätte ich das aber nicht aus Überzeugung von der demokratischen Partei, geschweige denn, der demokratischen Kandidaten getan, sondern aus einem einfachen Grund. Alles ist besser als Donald Trump. No way! Ja, das ist kein wirklich Oh mein Gott, dieses Cringe. Ein wirklich einzigartiger Take. Moment, Entschuldigung, ich habe HeyWolfi-Videos geschaut. Was ein Cringe. Aber trotzdem erwähnenswert. Es ist nicht normal, einen pathologischen Lügner ins Orbe... Moment, kurz, es tut mir ganz leid. Wir haben hier jetzt bei Skeptic, er würde natürlich immer die Demokraten wählen, ist selbst aber ein Fan von, wo ist er? Jordan B. Peterson. Also, kann man sich nicht ausdenken. Aber gut. Mir ist bewusst, dass im Weißen Haus schon einige fragwürdige Charaktere saßen und dass Politik generell ein schmutziges Geschäft ist. Donald Trumps Charakter ist aber, man muss es so deutlich sagen, auf so vielen Ebenen absolut nicht tragbar. Punkt. Nicht mehr tragbar? Ich nicht mehr tragbar? Womit wir aber beim Gegenkandidaten sind. Kamala Harris. Eine Person, die wenig Anlass bietet, für sie zu stimmen. Und das ist vielen Deutschen gar nicht so klar. Mhm, das ist richtig. Also, damit meine ich das Missverhältnis zwischen dem, wie Harris in den Deutschen Die Frage ist, also, ich meine offensichtlich, die Aussage, dass Kamala Harris niemand ist, der große Wählerschan anzieht, das sehen wir nach der Wahl. Frage ist, warum war Kamala Harris nicht ansprechend? Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann in die gefährlichen Fahrwasser. Medien dargestellt und wie sie tatsächlich in den USA wahrgenommen wurde. Meine Wahrnehmung. Ganz wichtig, dieser Teil des Videos bezieht sich auf meine persönliche Wahrnehmung. Ich kann das nicht empirisch betrachten. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht an der Titelkarte vorhin erkannt. Danke. Das kann natürlich schon sein, dass mich mein Eindruck trügt. Aber so kurz nach der Wahl ist eine genaue Analyse unmöglich. Daher bewege ich mich jetzt in die Ungewissheit von Ich meine vor fünf Tagen, okay, ja. Vor, während und jetzt nach dem Wahlkampf sind für mich im Zusammenhang mit Harris folgende Dinge sehr deutlich geworden. Erstens, Harris wurde als schwache Kandidatin wahrgenommen. Sogar Demokraten und Unterstützer von ihr gestehen zu, dass sie in Interviews teilweise keine gute Figur macht. Ihre Aussagen seien Nullaussagen oder wie Kritiker es nennen, es sei nur World Salad. Ja, aber das unterscheidet sie jetzt nicht von Trump. Das war jetzt nicht das Problem. Also der Grund, dass sie eine schwache Kandidatin war, das lag nicht daran, dass sie Nullaussagen getroffen hat. Hörte Trump an. Der Typ klingt wie ein absoluter Vollidiot. Das liegt nicht daran, dass sie Nullaussagen getätigt hat. Das war das Problem, dass die Nullaussagen keine Emotionen kommuniziert haben, die in einem populistischen Setting, wo es Menschen scheiße geht, Anklang finden. Das war das Problem. Auch wenn gerade das ein republikanischer Kampfbegriff war, auch aus Sicht vieler Demokraten ist das eben so. Zumindest, wenn man politischen Diskussionen folgt. Zweitens, Harris' Kandidatur wurde als undemokratisch wahrgenommen. Es gibt keine offiziellen Regularien, wer der nächste Kandidat einer Partei wird, wenn ein Kandidat aus dem Rennen ausscheidet. Trotzdem war es eher ungewöhnlich, beziehungsweise es wurde zumindest kritisiert, dass Harris nach Beidens Rückzug einfach bestimmt statt, wie ansonsten seit 1972 üblich, in Vorwahlen gewählt wurde. Ob undemokratisch oder nicht, diesen Eindruck zu hinterlassen, war strategisch auf jeden Fall dumm, weil es die Kandidatur logisch... Nein, das war wurscht. Das interessiert niemanden. Also das interessiert niemanden, dass das undemokratisch war. Das interessiert keinen. Das hat Leute nicht daran gehindert, mit Harris zu wählen. Also wir dürfen nicht vergessen, auf welchem Niveau der politische Diskurs in den Vereinigten Staaten war. They're eating the dogs. Auf diesem Niveau bewegen wir uns. Da ist jetzt die technische Grundlage, naja, Harris hat keinen Vorwahlkampf geführt und das war kein demokratisch... Das ist eigentlich wurscht. Niemand, der sagt, Trump ist ein Faschist, interessiert sich dafür, ob jetzt Kamala Harris demokratisch gewählt worden ist in Vorwahlen oder nicht. Das, wofür sich die Leute, die Harris nicht gewählt haben, interessieren, ist... Also die, die einfach nicht wählen gegangen sind, die weder Trump noch Harris gewählt haben, ist erstens einmal Gaza. Das war ein Riesending, gerade bei jungen Demokraten. Das zeigen auch mittlerweile veröffentlichte interne Umfragen von den Demokraten. Also dass sie bei Gaza so schwach war und das von Biden einfach mitgetragen hat, das war ein großes Problem. Weiteres großes Problem war, dass sie sich nicht von Biden distanziert hat, der unabhängig davon, ob jetzt die Zahlen makroökonomisch gut sind. Inflation ist wieder unten bei 3%. Das ist nicht der Rede wert. Ist auch schon relativ lange wieder unten. Ist nicht der Rede wert. Aber das spüren die Menschen natürlich nicht. Warum? Weil sie trotzdem massive Reallohnverluste in Kauf nehmen mussten, weil sie während der Zeit, wo Inflation hoch war, keine entsprechenden Lohnzuwächse gehabt haben und dann das richtig zu spüren bekommen haben. Das hat sich auch in die Reserven ein bisschen reingefressen. Es fühlt sich einfach nicht so an, als wäre die Wirtschaft gut, auch wenn das vielleicht die Zahlen wiedergeben würden. Ist fast so, als wäre das Narrativ von Technokraten, ja Wirtschaft läuft gut, weil BIP geht drauf, als wäre das ein sehr, sehr schlechtes in Zeiten, wo Menschen von Armut geplagt sind. Ist fast so, als wäre die Aussage zu einem armen Menschen, schau aber, das BIP geht drauf, also wähl mich, wäre das ein bisschen ton-, also ein bisschen taktlos. Das alles sind Gründe. Nicht, dass jetzt, dass sie jetzt nicht bei der Vorwahl gewählt wurde. Nein, nein, das ist irrelevant. ...weiterweise schlecht. Drittens, Harris einziges Pro-Argument. Sie ist nicht Trump. Das ist ein Riesen, das ist ein guter Punkt von ihm, den gebe ich ihm absolut richtig. Einfach nur zu sagen, ich bin besser als die Alternative, das mobilisiert niemanden. Die Biden-Harris-Regierung wurde stark kritisiert und war insgesamt extrem unbeliebt. Und Harris hat es dann auch als Kandidatin nicht geschafft. Was, by the way, fucking insane ist. Nicht positiv und... Biden war wahrscheinlich, okay, ist eine niedrige, äh, eine niedrige Messlatte, aber er war wahrscheinlich der, äh, der Präsident, der sich am meisten für Gewerkschaften und für Arbeitnehmerrechte, äh, interessiert hat seit FDR. Also, no joke, Biden war wirklich nicht der schlechteste Präsident. Wenn wir uns jetzt das anschauen, was er in Gaza gemacht hat, ja, das war schlecht, aber weißt du, was andere amerikanische Präsidenten gemacht haben? Nein, Biden war kein sonderlich schlechter Präsident. Das ist einfach, das ist einfach nur, äh, eine sehr, pfff, eine starke Fehlwahrnehmung in der amerikanischen Bevölkerung. ...personär zu positionieren. Das Einzige, was die vielen Demokraten bietet, ist, dass sie eben nicht Donald Trump ist. Anscheinend war das aber den US-Wählern, vor allem in den Swing States, zu wenig. Ganz klar. Aber dass die Aufschlaggebenden Gründe für ihre nicht voll waren, darüber kann ich, wie gesagt, nur spekulieren. Nein, das waren eindeutig die Aufschlaggebenden Gründe. Sie hat einfach nicht mobilisiert. Wie gesagt, Trump hat nicht überperformt, Kamala Harris hat Leute nicht dazu gebracht, für sie zu stimmen, die aber für Biden gewählt haben. Ich glaube, das war einfach eine schlechte Mobilisierungsarbeit. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Das größte Ding ist, erstens einmal, diese nicht-populistische Rhetorik, dann die Nähe zu Biden, die sie gewahrt hat. Das habe ich alles schon gesagt, möchte ich nicht ausführen. Das größte Problem war aber, dass sie im Internet nicht stattgefunden hat. Sie war nicht in Podcasts. Sie war nicht in Fernsehinterviews. Fernsehinterviews, das ist eh zum Vergessen, weil jeder, der CNN schaut, wählt schon Kamala Harris. Aber sie war nicht in diesen Podcasts. Und das ist ein Riesending. Weil Trump war in 20 von diesen rechten Podcasts und hat dort immer wieder Stimmung gemacht. Das heißt, er hat unfassbar viele Menschen erreicht, die Kamala Harris einfach nicht erreicht hat. Ich meine jetzt nicht, Kamala Harris geht jetzt nicht in so einen Podcast von Tim Pool rein oder so. Und am Ende überzeugt sie dann die Fans von Tim Pool, die alles Rechtsextremisten sind. Nein, auf keinen Fall. Aber sie hat diese Öffentlichkeit gar nicht gehabt, nicht einmal in ihren eigenen Gruppen. Und sie hat nicht mobilisieren können dadurch. Harris hätte nicht in den rechten Podcasts gehen sollen, aber in den linken Podcasts. Wenn Kamala Harris zu, wenn Kamala Harris ein bisschen progressiver gewesen wäre, sich von Biden distanziert hätte, populistisch gewesen wäre und stattgefunden hätte im Internet, hätte sie gewonnen. Zu 100 Prozent. Tausend Prozent. Tausend Prozent. Wie gesagt. Weil, so wie Biden abgeschnitten hat, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie, gerade bei der jungen Bevölkerung, eigentlich hätte dazu gewinnen können. Aber sie war einfach rhetorisch schwach und hat nicht die Öffentlichkeit gesucht in dem Sinne. Sie hat zwar ihre Rallys gehabt, aber wer schaut sich bitteschön eine Wahlkampfveranstaltung an, wenn er sich nicht eh schon weise erwählt, die Kandidatin. Also, schlechte Medienstrategie. Alles, das sie gründet. Nichts davon hat mit Vogue das zu tun. Mir geht es aber hier vielmehr darum, aufzuzeigen, dass dieser Eindruck in den deutschen Medien nicht abgebildet wurde. Macht selbst die Recherche und testet, ob es euch auch so geht. Zumindest ist es mir im deutschsprachigen Raum deutlich leichter gefallen, positive und wohlwollende Schlagzeilen zu Harris zu finden, als kritische. Ja, weil sie keine Faschistin ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, was hat jetzt die Berichterstattung in Deutschland damit zu tun, mit den Wahlergebnissen in den Staaten? Was? Konsequenz des linken Scheiterns. Außerdem, Harris ist keine Linke. Dann könnte das liegen. Aber ich habe jetzt jetzt gemerkt, Harris ist keine Linke. Medien berichten im Wahlkampf nicht Fakten, sondern Agenda-orientiert. Bevor jemand das einstellt. Bias Skeptik merkt zum ersten Mal, dass er in der Realität lebt. Bias Skeptik trifft auf die Welt. Das ist aber eine steile These. Gibt es dazu vielleicht ein Buch, das 1989 veröffentlicht wurde von dem Politökonomen Herman und dem Linguisten und Philosophen Chomsky? Heißt dieses Buch vielleicht Manufacturing Consent? das sich genau mit diesem Thema der Agenda-orientierten Berichterstattung auseinandersetzt? Vielleicht gibt es sowas. Richtig. Die Berichterstattung der Medien, geschweige denn der deutschen Medien, ist nicht allein verantwortlich dafür, dass Donald Trump wieder Präsident der USA ist. Ah, nicht allein. Das ist völlig klar, dass es sehr viele andere Gründe und auch ja Schuldige gibt. Ich sage schuldig, weil das scheiße ist. Die Tatsache, dass das mediale Abbild, aber zumindest nach meinem Empfinden, so extrem verzerrt ist, zeigt das Problem auf, auf das ich hinaus will. Fakt. Menschen... Aber das liegt daran, das liegt jetzt nicht irgendwie an Böswilligkeiten, sondern das liegt daran, dass Liberale nicht in der Lage sind, die populistische Situation anzuerkennen. Also, mir war das klar, dass diese Message von Opportunity Economy, dass die schwierig ist. Ich will nicht sagen, mir war klar, dass Harris verliert. Nein, auf keinen Fall. Das war mir nicht klar. Aber mir war klar, dass die Message von Trump natürlich bei seiner Basis deutlich stärker resoniert als die Message von Harris. Weil mit Opportunity Economy kriegst du keinen Arbeiter, der frustriert ist, keinen Gewerkschafter, der enttäuscht ist von den Entwicklungen und vor allem keine jungen, progressiven Sozialisten, die das mit Du wählst das kleinere Übel noch nicht verstanden haben, damit mobilisierst du die nicht. Das heißt, und die Fehlinterpretation der amerikanischen Situation in den deutschen und österreichischen Medien hängt auch damit zusammen, dass die deutschen Medien auch von Liberalen gemacht werden. Jetzt nicht unbedingt von so Arschloch-Neoliberalen wie Christian Linder und der FDP, aber halt so, ja, linksliberale, die so sagen, ja, wir müssen uns mit den Inhaltlichen, nein, Inhalte sind egal, da gibt es so einen schönen Soundbite von einem Politikwissenschaftler, hat es gegeben in einer ARD, ich glaube, in der Tagesschau und da sagt er so sinngemäß, wurde er angesprochen, ja, in dem Wahlprogramm von Kamala Held steht an 20 Stellen noch der Name Biden, ist das ein Problem? Und hat er so gesagt, nö, das ist kein Problem, weil die liest eh keiner und die Inhalte sind eigentlich auch egal, denn wir haben hier gesehen, nach Donald Trump haben wir gelernt, es geht um die Performance, es geht darum, dass wir Leute affektiv ansprechen, was jetzt genau gesagt wird, ist ja, dann hat sie das gefragt, dann hat die Moderatorin der Tagesthemen, glaube ich, gefragt, ja, und ist das nicht ein bisschen enttäuschend und er hat dann gesagt, ja, das mögen wir vielleicht als Enttäuschend finden, aber das ist die Tatsache, mit der müssen wir sagen, also wir haben einfach in den deutschen Medien ebenfalls ein grundsätzliches Missverständnis davon, wie Politik stattfindet, danke fürs Volk, dass das eine oder das andere wurde über jede einzelne berühmte Position, die sich für Kamala Harris ausspricht, berichtet, Taylor Swift und so weiter und so fort, ähm, ich bin kein Swifty, aber ihr Swiftys unter euch, würdet ihr wirklich eure Wahlentscheidung davon abhängig machen, wen jetzt Taylor Swift empfiehlt, also ihr Swiftys jetzt hier im Chat und statistisch gesehen haben wir mindestens 100 Swiftys gerade hier im Chat, wenn Taylor Swift jetzt sagen würde oder Mark Foster, so Mark Foster, wenn jetzt Mark Foster Fan seid und ihr sagt, ey, wählt Olaf Scholz, würdet ihr dann Olaf Scholz wählen? Natürlich nicht, weil das nicht so funktioniert, das heißt, natürlich haben die Medien in Deutschland, ein schlechtes Bild übertragen von der Situation in Amerika, warum? Ne, weil sie es nicht verstehen, aber sie verstehen es erst nicht einmal in Deutschland, wie Politik funktioniert, das heißt, vor all diesen Vorzeichen, das hat meiner Ansicht nach jetzt nichts mit woker, linker, ideologischer Verblendung zu tun, sondern das hat mit einem liberalen Unverständnis des politischen Klimas zu tun, die wir weltweit sehen, also weltweit, die wir in Österreich sehen, die wir in Deutschland sehen, die wir in Frankreich sehen, die wir in Großbritannien sehen, mit der konservativsten Sozialdemokratie vielleicht außer Dänemark und Schweden, wo das rechte Parteien sind, linksliberale verstehen es einfach nicht, wie die politische Situation ist und daran liegt es, dass sie das nicht berichten können. verlieren Vertrauen. Das Gefühl, dass Medien nicht neutral berichten, sondern eine Agenda verfolgen, haben nicht nur viele Menschen in Deutschland, sondern auch in den USA. Ob das zutreffend ist, sei jetzt mal dahingestellt. Natürlich ist es zutreffend, meine Herren, liest das Buch. Herr Narr, melden Sie sich bei mir, der Name ist übrigens auch lustig, ich tue mir leid, aber es ist einfach ein lustiger Name. Herr Narr, melden Sie sich bei mir, ich kann Ihnen das in einer PDF-Version zukommen lassen. Deshalb habe ich es als These formuliert. Eigentlich müssen wir uns aber sein, dass das schlecht ist, weil es das Vertrauen in Medien und offizielle Organe mindert. Natürlich. Auch Trump haut da auch immer wieder populistisch drauf herum. Offensichtlich erfolgreich. Fakt, Trump wurde durch Aktivismus nicht verhindert. Egal wie gut Harris oder wie schlecht Trump in den Medien dargestellt wurde, er sitzt jetzt wieder im weißen Haus. Nur das exakte Gegenstück zu Trump. Trump wurde durch Aktivismus nicht verhindert, das ist eine dumme Aussage. Warum wurde er durch Aktivismus nicht verhindert? Weil dass er durch Aktivismus nicht verhindert wurde, ist klar, weil wir haben Aktivismus gehabt und er hat nichts verhindert. Okay, ganz easy. Warum hat der Aktivismus nicht funktioniert? Das ist ja die relevante Frage. Also die Aussage, Trump hat Aktivismus nicht verhindert, also Aktivismus hat Trump nicht verhindert, ist klar, ja, logisch. Auch die Wahl hat Trump nicht verhindert. Auch das Wetter hat Trump nicht verhindert. Auch die Performance von Harris hat Trump nicht verhindert. Auch die programmatische Ausrichtung. Woran lag es jetzt genau? Also schwarz. Der Blumenkult hat Trump auch nichts verhindert, ja? Weiblich, jünger und nicht volatil zu sein, hat für Harris nicht gereicht. Es reicht ganz offensichtlich nicht, die Gegenseite nur zu verteufeln und um das Böse zu verhindern, medial zu manipulieren. Ja genau, aber jetzt sind wir da, dass nicht der Aktivismus schuld ist, sondern die Ausrichtung des Aktivismus. Die Kommunikationsstrategie war falsch. Zum Beispiel, könnte man jetzt daraus ableiten, ob das stimmt oder nicht, aber das ist eine andere Aussage. Man braucht konstruktivere Wege. Auch Woke-Bashing hat Trump nicht verhindert, kann man auch dazu sagen, ja. Als Politik, die sich nur an identitätspolitischen Kategorien abarbeitet. Hautfarbe, Geschlecht, Alter, etc. These, Woke-Aktivismus funktioniert nur für eines. Spaltung. Ähm, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Kann, also funktioniert auch dafür, aber nicht nur dafür, dass das eine, das andere ist, gibt es in der Politik weltweit, egal, sucht er, ist irgendein System, eine spaltendere Politik, einen spaltenderen Politiker als Donald Trump? Gibt es jemanden, der stärker daran arbeitet, die Gegenseite zu dämonisieren als Donald Trump? Trump hat das erfunden. Also ich bitte dich, da jetzt zu sagen, dass Woke-Aktivismus die Spaltung in Amerika vorantreibt. Die Kader lang, ja genau, habe ich vergessen. Trump ist tatsächlich greatest of all time, was das angeht. Also wir haben hier folgendes Problem. Wir haben in Amerika den wahrscheinlich polarisierendsten Politiker weltweit, derzeit. haben wir ja mittlerweile, ist ja mittlerweile auch Jens Spahn, for God's sakes, findet Trumps Politik gut. Also Trump ist, ist dahingehend spalten, dass er sogar für, ja, Konservative, die ein bisschen nach rechts blinken, wie Jens Spahn, anschlussfähig ist. Aber halt alle anderen hassen ihn, zu Recht. Trump ist eine Person, die man hassen sollte. Wir haben in den spaltendsten Politiker der Welt. Jetzt reagieren Leute auf der einen Seite dafür und sagen, ey, das ist ein scheiß Wichser, das ist ein Faschist, der die Demokratie untergraben will. Und da gibt es viele Gründe, wieso man davon ausgehen kann. Also nicht davon ausgehen kann, viele Gründe, um zu sagen, ja, das stimmt, das ist eine richtige Aussage. Macht man jetzt den polarisierendsten Politiker der Welt dafür verantwortlich, dass er die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt, ich glaube übrigens, dass mit der Spaltung, die Spaltung der Gesellschaft ist aufgrund von anderen Dingen, aber beschuldigen wir jetzt den oder die Gegenseite, die halt darauf antwortet, auf den Spaltung. verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, wie man, wie man sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Es ist tatsächlich ein bisschen sowas wie Victimblame, weil tatsächlich viele dieser Woken-Aktivisti jetzt davon betroffen sein werden, wenn jetzt, wenn jetzt die Rechte von Transpersonen eingeschränkt werden, wenn jetzt Frauenrechte eingeschränkt werden. Das alles ist meiner Ansicht nach im Kommen. Also ich kann mir sehr, ich glaube, ich bin mir zu 90% sicher, dass Trump versuchen wird, einen US-weiten Abtreibungssperre durchzusetzen. Bin ich mir sehr sicher. Dann, natürlich sind sehr viele von diesen Woken-Aktivisten auch Teil einer Minderheit, von mir aus einer rastifizierten Minderheit. Viele, viele illegale Migranten, die werden es jetzt sehr hart zu spüren, die werden einfach deportiert werden. Das heißt, für das, was jetzt dann an Spaltungen in der Gesellschaft stattfinden wird, die Opfer verantwortlich zu machen und nicht die Vorantreiber dieser Spaltung, nämlich die Faschisten, ist tatsächlich Victim-Blaming. Muss man, muss man einfach so festhalten. Trotz aller, manchmal gar nicht so weit hergeholter Versuche, Trump als das ultimativ Böse zu framen, hat es nicht geklappt, Trump zu verhindern. Ja, weil man nicht populistisch war, weil man nicht erkannt hat, dass man sich von Biden und Neoliberalen distanzieren muss. Und so hat man jetzt den, ja, klar, easy. Ähnliche Mechanismen sehen wir auch in Deutschland mit der AfD. Wann sehen wir endlich ein, dass die Kampfplätze, die sich linke Aktivisten aus... Vielen lieben Dank an Dara für den Raid mit 172 Menschen. Wir reagieren uns gerade ab an dem Video von Pius Skeptic. Grüß euch Gott, ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Ich frage es jetzt nochmal, was ist die Aussage? Hat die Rhetorik von Harris dazu geführt, dass sich Leute nicht abgeholt fühlen? Das ist richtig. Ja, natürlich. Hat sie dafür geführt, dass jetzt Trump immensen Zuspruch bekommen hat von Leuten, die sagen, ey, diese Woken-Scheiße geht zu weit? Ja, das ist falsch. Ganz nein, überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Trump hat überhaupt nicht zugelegt. Du zählst auf mich am Mittwoch. Zurecht. Natürlich. Ja, danke auf jeden Fall an Big Monte für den Giftsab an Bindestrich Stream und an Colno für den Resort. 13. Monat. Meine Herren. Ich bin dir überhaupt nicht schuld. Also, die Tatsache, dass Trump nicht zugelegt hat, sondern einfach nur Harris nicht mobilisiert hat, das müsst ihr ja mal ansprechen, weil das ist eine wichtige Kontextinfo. ...ausgesucht haben, die falschen sind. Wann kommen wir endlich zu der Schlussfolgerung, dass all das offensichtlich mehr zur Reaktanz als zu irgendeiner Verbesserung führt? Es führt eben nicht zur Reaktanz. Die Reaktanz ist genau gleich wie die Gegenseite. Trump ist genauso stark wie 2020. Es ist nicht, dass es zu Reaktanz führt, es ist, dass es nicht mobilisiert. Aber man kann Identitätspolitik sehr gut verknüpfen mit populistischer Agitation. Kann man sehr gut machen tatsächlich. Man kann zum Beispiel sagen, hey, wir erkennen diese ganzen rassistischen Diskriminierungsformen in Amerika, das ist ganz furchtbar hier. Also Kriminalitätsstatistik und so und wie die jetzt vom Justizsystem erhandeln werden, ganz furchtbar. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil das amerikanische Justizsystem extrem anhand von sozioökonomischen Status diskriminiert. Für viele, viele Verbrechen werden überhaupt erst erkannt, weil du in einer armen Gegend bist. In einer armen Gegend wird mehr Kriminalität begangen. Mehr Verbrechen begangen bedeutet, dass dort mehr Polizei ist, bedeutet, dass dort mehr Augen und Ohren sind, die kriminelle Fehltritte bemerken. Und so diskriminiert das amerikanische Justizsystem auch gegen arme Menschen, das heißt, auch weiße arme Menschen sind von diesem System betroffen. Das heißt, was hier das wahre Problem ist, ist eines von Rassismus gepaart mit Diskriminierung aufgrund von klassistischen Strukturen. Das kann man super easy verbinden. Ich meine, der Satz ist viel zu lang und man müsste das ganz anders framen. Aber inhaltlich ist diese Kombination möglich. Es nennt sich Intersektionalität. Alles das hätte man machen können, aber natürlich kann eine progressive Neoliberale wie Kamala Harris die Klasse nur ausblenden, weil wenn sie das anerkennen müsste, dann müsste sie eine andere Wirtschaftspolitik fördern. Das wollen natürlich die Großspender der Demokratischen Partei nicht. Das sind die Riesenprobleme. Es ist nicht, dass diese Themen einander widersprechen. Nein, überhaupt nicht. Es ist nur, dass wir in der DNC eine Parteistruktur haben, die sich nicht auf linken Populismus einlassen kann. Eine kapitalistische Gesellschaft kann sich sehr wohl auf rechten Populismus einlassen, weil dieser rechte Populismus Klassenwidersprüche ablenkt, indem das sie auf rassistische Themen und auf völkische Themen verweist. Ein linker Populismus kann das nicht, weil der ist per Definition antirassistisch, antiessenzialistisch und betrachtet eben genau die Strukturen, die zu dieser Diskriminierung von armen Menschen führen oder halt allgemein die Klassengesellschaft und das ist der Grund, wieso wir eine rechte Bewegung haben, die diese Frustration von abgehängten Menschen oder von Menschen, die sich die Abstiegsängste haben, die das ansprechen kann, aber wir haben keine linke Gegenalternative, weil die linken Parteien, die Demokraten sind nicht links, aber die progressivere Rennparteien, die immer noch von Kapitalisten abhängig sind, die können das nicht bedienen. Und dieses Ungleichgewicht führt eben dazu, dass in populistischen Zeiten derzeit nur die Rechten gewinnen können. Ein großer Teil davon, wenn wir uns jetzt Deutschland und Österreich anschauen, ist, dass sich die liberalen Parteien diesen rechten Narrativen andienen, die dann auch davon reden, ja wir haben ein großes Problem mit Migration. Aber ich schweife ab, alles hat nichts mit broken TikTokern zu tun oder so. Genau diese These habe ich auch in meinem Buch Dialog statt Dogma, wie wir gesellschaftliche Konflikte lösen ohne zu spalten ausführlich dargelegt. Und auch, wie wir es besser machen können. Wenn wir so weitermachen, damit meine ich klassische Medien, Politiker, Influencer und uns alle als Privatpersonen, trinken wir immer weiter nach rechts ab. Es ist daher auf traurige Weise ironisch, wenn die Gute Mai über Populismus und Polarisierung fabuliert. Deshalb an alle Politiker demokratischer Parteien, Populismus und Polarisierung sind nicht nur schlecht für euch, sondern auch für den demokratischen Willen. Überhaupt nicht. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Rechtspopulismus. Das ist schlecht für nicht links. Nein, nein, nein. Wir müssen einen Weg haben, Menschen, die vom Kapitalismus benachteiligt sind, anzusprechen. Die können wir nicht mit langen Essays bekehren. Die müssen wir einfach und direkt ansprechen. Das ist für mich Populismus. Das kann man machen auf eine Art und Weise, dass es nicht demokratiefeindlich ist. Man kann gar sagen, ja, es gibt kapitalistische Einflüsse auf die Demokratie, die gar die Souveränität des Volkes einschränken. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie das deutsche Volk, sondern das Volk, das einer gewissen Polity unterstellt ist. Das kann man alles machen in einer Art und Weise, dass es nicht in eine rassistische, rechtspopulistische Richtung tendiert. Die Tatsache, dass man das nicht getan hat, das ist der Grund für die Wahlniederlage. ...Sondern muss gepflegt und gelebt werden. Ja, mit Zuspitzungen und Empörungen kriegt man sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit. Trump ist da ja auch Meister drin, aber manchmal muss man sich doch drauf besinnen, dass der Schutz unserer Demokratie unser kleinster gemeinsamer Nenner bleiben muss. Ja. Mai, Mai, also das, okay, mach deine, mach deine Bio-Dinger, aber lass Politikwissenschaftler Politikwissenschaften machen, Soziologen, Soziologinnen in Soziologie und so weiter und so fort. Alles richtig. Wenn man sich aber Mais letzte Sendung anschaut, insbesondere die hier, oder die Auguste eines Jan Böhmermann. Nein, das ist nicht demokratiefeindlich. Oder eben die unzureichend objektive Berichte. Genau, weil die Leute, die jetzt sagen, oh, es ist ganz schlimm, wenn wir über Rassismus sprechen und wieso es dumm ist, die Leute, die hätten sowieso Grüne gewählt. Also die Leute, die irgendwie jetzt demokratisch wählen, die hätten, die sind jetzt von diesem Video, also die Leute, die Böhmermann scheiße finden, weil er über diese ganzen Themen spricht, die haben sowieso schon vorher Böhmermann scheiße gefunden und die haben auch sowieso vorher nicht Grün, SPD oder Links oder was auch immer gewählt oder FDP. Die waren sowieso bei CDU und AfD unterwegs und für die ist das Programm eh nicht. Also keiner, der nicht schon der Meinung ist, ja, Rassismus ist irgendwie ein Problem, wurde mobilisiert und jetzt AfD, also das, wir überhöhen den Effekt von diesen Videos ganz extrem oder auch von diesem Diskurs allgemein. Eben nicht populistisch polarisiert. Vielleicht aus guten Absichten, aber mit dem Ergebnis, dass fucking Donald Trump wieder der Nein, nein, nein. Wir können, wir verstehen das nicht. Wenn wir sagen, Trump hat gewonnen, weil er populistisch war, dann können wir nicht sagen, ja, die Linken haben verloren, auch weil sie populistisch waren. Also Trump ist wahrscheinlich der populistische Präsident, wenn wir jetzt, populistische Politiker, wenn wir jetzt die Art, wie er über Themen spricht und wie er mit seinen, mit seinen Zuschauern connectet. Wenn wir uns das anschauen, ist er der populistische Kandidat oder Politiker weltweit. Ist einfach so. Wenn wir jetzt sagen, er hat gewonnen, weil er eine direkte Ansprache zu seiner Bevölkerung hat, zu seiner Wahlbevölkerung hat, dann muss man sagen, ja, das ist, weil er populistisch ist. Jetzt können wir nicht sagen, die Linken waren zu populistisch. Nein, sie waren populistisch auf die falsche Art und Weise. Sie haben mit den falschen Themen Werbung gemacht, nämlich mit Antirassismus und dabei vergessen, dass viele Menschen, die man wählen muss, viele Arbeitende, die sind vor allem davon betroffen, dass sie zu wenig Geld haben. Und warum haben sie zu wenig Geld? Naja, weil wir eine Kapitalistenklasse haben, die denen das Geld absaugt. Ganz easy. Aber nachdem das nicht besprochen wird, ist für die nichts zu holen. Oder ist für die kein, die haben sozusagen kein Pferd im Rennen und lassen sich dann nicht mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Das mächtigste Mann der Welt. Das Problem ist nicht zu viel Populismus, Populismus über die falschen Themen. Und bevor hier noch jemand diesen langweiligen Einwand bringen möchte, ob dieses woke Gedankengut überhaupt existiert, darf ich euch auf drei brandaktuelle Studien hinweisen, die ihr euch selbst gerne anschauen könnt. Links dazu in der Beschreibung. Die Kernaussage dieser Untersuchung lautet Es existiert. Es existiert zwar in viel geringerem Maße, als viele von uns meinen. Das ist die gute Nachricht. Viel wichtiger ist aber, dass dieses Gedankengut wirkt. Absurderweise nämlich in sehr viel höherer Maße, als man es antreffen kann. Anscheinend führt allein die Angst, ob eingebildet oder real, vor möglichen Repressalien dazu, unser Denken, unser Handeln, unsere Äußerungen ganz massiv zu beeinflussen. Ganz offensichtlich, Was? Reden wir jetzt von der Meinungsfreiheit? Hat das auch großen Einfluss auf unseren medialen und gesellschaftlichen Diskurs? Nein, das größte Ding, was Menschen dazu bewegt, Recht zu wählen, ist Abstiegsangst. Es ist überall das Thema. Man hat das Gefühl, man hat sich irgendwas erarbeitet oder man hat irgendwas bekommen, man hat irgendeine Stellung in der Gesellschaft und jetzt kommen Leute, die wollen einem das wegnehmen. Man ist ein starker heterosexueller Zissmann und jetzt kommen Transfrauen daher, die irgendwie das Thema von es gibt Mann und Frau und der Mann ist in der Hierarchie oben gestellt. Die stellen das in Frage. Dann hast du flexibilisierende Geschlechtsverhältnisse, dahingehend, dass nicht mehr nur der Mann das Geld hat, sondern es auch Frauen über materielle Ressourcen verfügen, sodass man die Frauen nicht mehr allein aufgrund von Geld dazu pressuren kann, eine Beziehung einzugehen. Alles das sind Dinge, die eine gewisse stabile Gesellschaftsordnung in Frage stellen und die Menschen das Gefühl geben, da ist jetzt was für sie zu verlieren. Wenn man jetzt aber versteht, dass durch eine gerechtere Gesellschaft nichts verloren wird, sondern gewonnen wird, weil wir besser die Möglichkeit haben, die Talente in der Gesellschaft zum Wohl der Gesellschaft auszunutzen, dadurch, dass mehr Menschen die Freiheit haben zu studieren, haben mehr Menschen, die gut darin wären zu studieren, die Möglichkeit, ihren Fähigkeiten nachzugehen und die dann wieder produktiv zu nutzen. Dadurch, dass man das aber als ein Nullsummenspiel im Kampf um Ressourcen framet, entweder kriegt jetzt der Obdachlose oder der Bürgergeldempfänger die Sozialleistung oder der Mensch, der hier Asyl beantragt, bekommt die Sozialleistung und das kann nur der eine oder der andere und nicht beide kriegen. Dadurch, dass man solche Verteilungskämpfe im Nullsummenspiel macht und nicht als etwas framet, wo, hey, es ist genug für alle da, damit erzeugt man diese Abstiegsängste und sich an diesen, also sich daran zu beteiligen, dieses Wir gegen die oder es ist die Gesellschaft, diesen Kampf uns von allen gegen alle um die Ressourcen, natürlich gewinnen in so einem Kampf diejenigen, die am härtesten gegen die Außenseiter vorgehen und natürlich sind das Gewinnender diejenigen, die am wenigsten Problem damit haben, dass, was in so einer Vorstellung implizit ist, klar auszusprechen, Wir kümmern uns um uns selber und alle anderen können schauen, wo sie bleiben. Im schlimmsten Fall schicken wir sie halt dorthin zurück, wo sie aufgrund von hoher Kriminalität oder vielleicht sogar religiöser Verfolgung dem Tod ausgesetzt sind. Diese Logik des Nullsummenspiels, die übrigens alle Parteien zu einem gewissen Grad unterstützen, weil sie eben sagen, wir müssen im großen Stil abschieben. Dieses Framing, ja, wir müssen abschieben, damit für uns genug da ist, dieses Framing zu übernehmen, ist toxisch, weil es natürlich diesen Rassismus und diesen völkischen Gedanken vom Kampf dieser ganzen Gruppen gegeneinander und Rassen, wie sie es nennen wollen, wie auch immer, das befordert das natürlich. Das Problem ist nicht, dass man sich an dem, nein, das Problem ist schon, dass man sich daran beteiligt. Man muss dieses grundsätzliche Framing von, wenn der eine im Staat Geld kriegt, ist das Geld, was dem anderen fehlt, das müssen wir aufbrechen. Aber das tun wir nicht. Es gibt dazu eine Antwort von Gregor Gysi in der Bürgersprechstunde bei Till Jung. Ich nehme an, die habt ihr alle schon gesehen. Googelt Gysi Bürgersprechstunde Antwort. Schaut sich das an. Sehr, sehr sehenswert. So muss man es machen. Ein Diskurs, der uns nicht nur nicht davor bewahrt hat, Trump wieder ins Amt zu bringen, sondern ein Diskurs, der dabei noch mitgeholfen hat. So zumindest meine Wahrnehmung. Wie seht ihr das? Schreibt mir dazu in den Kommentaren. Ich hoffe, ich muss mein ganzes Reaktionsvideo jetzt nicht in einem Kommentar zusammenfassen. Ich meine, das Problem ist, dass er viele tautologische Aussagen getroffen hat, wie zum Beispiel das klasse Ding Aktivismus hat Trump nicht verhindert, wo man sagen kann, aber Anti-Walkbashing hat jetzt auch irgendwie den, also Walkbashing hat jetzt auch den Trump nicht verhindert. Diese Autologische, ich meine, die sind natürlich richtig, aber die haben jetzt nicht wirklich einen inhaltlichen Mehrwert. Der wichtigste Kontext dieses ganzen Videos, nämlich, dass Trump nicht dazugewonnen hat, sondern Harris verloren hat, das sind aber nicht Stimmen, die an Trump gegangen sind, sondern das sind Stimmen, die einfach zu Hause geblieben sind, diesen Kontext haben wir außen vor gelassen, weil das hätte natürlich eine andere Analyse hervorgebracht. Die hätte nicht die Analyse ermöglicht, oh, die Leute sind irgendwie so erbost, um das schöne Wort, sie sind erbost, ob der, ob der Identitätspolitik Harris, nein, sie sind nicht erbost, weil Harris, sie sind nicht so, dass sie sagen, oh, jetzt muss ich mich gegen diese Identitätspolitik wehren, nein, sie sind enttäuscht, dass ihre materiellen Abstiegsängste, die begründet sind in Amerika und auch in Österreich und auch in Deutschland, dass die nicht ernst genommen werden. Davon sind sie enttäuscht. Das heißt, wir haben hier jetzt nicht das Problem, das zu viel Wokeness war, sondern dass die Wokeness etwas, also ich meine, man hätte das alles mit jetzt irgendwie Antirassismus locker verbinden können, aber dass man auf dieses Populistische, auf die Rhetorik von Trump gar keine Antwort gefunden hat, das war das Problem. Das hat nichts mit Inhalten zu tun, das hat etwas mit der Performance zu tun und das muss man ganz klar trennen. Ich meine, er will halt, dass alles auf die Wokeness zurückführen und das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Ich würde das nicht auf Woken zurückführen, sondern auf Linksliberale, die das, die die populistische Situation nicht verstehen können.